Willkommen zurück bei Pokémon Flora Sky. Es ist noch derselbe Tag wie die letzte Aufnahme. Und wir hoppen hier in dem Haus. Immer noch. Ich finde auch, ich hab zwar mal Paro in meinem Team. So. Oh, wie süß. Mobile. Nein, ich mag Mobile. Mogelbaum? Auch nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Irgendwie... Das erinnert mich eher an Pflanzenbuch, man. Das nerviert mich immer. Ja, das ist hier noch das Mogeln. Von Mo bei Mogeln. Oder Banzai. Ohne Beeren. Verdammt. Hm. Das heißt, das dauert jetzt noch länger. Boah, das zögert's doch nur rauf. Das... Oha! Hm? Was denn? Was war das denn für eine Attacke? Was war das für ein Angriff? Was? Layle oder sowas. Was? Layle hieß das. Lay... Fail? Nein. Mit L hinterm F. Ne. Hm. Keine Ahnung, was für eine Attacke ist. Mime Junior. Das ist niedlich! Die Unterstwicklung von ähm... ähm... Mr. Mime ähm... Pantimos. Ja, hm. Pantimimi. Und Shiki ist irgendwie schlecht. Hätte ich das abziehen. Das ist eh jetzt glaube ich. Das hat auch ne hohe... Es hat ne hohe Spezialverteidigung, wenn wir es so sagen. Geht. Und das ist jetzt auch scheiße. Setzt bunt an. Oder Tickle. Danke, was bringt das? Bringt die Spezialverteidigung vom Gegner. Sorry, hab gerückt. Ich esse brech aufgemachte Cola. Immerhin bringt... ...Punt relativ viel. Oh nein, Barriere. Das heißt, das geht jetzt nur in zwei... Ja. Nein, sogar drei Schlägen. Oh ne. Das ist Tickle. Kitzle. Ja. Wieso setze ich eigentlich jetzt nicht Konstruktion ein? Keine Ahnung. Ich hätte vielleicht mehr gebracht. Ich hätte vielleicht mehr gebracht. Okay, dann gehen wir mal raus. Unsere Pokémon halten. Ja. Was können, die muss da wieder ein bisschen stärker werden. Okay, ich mach da ne kurze Pause. Das geht weg an. Also, wir sind wieder da. Unsere Pokémon sind komplett geheilt. Zeig das mal, als Beweis. Gut. Ja. Und weiter geht. Das ist die letzte, glaub ich. Doch. Metronom? Ah, die will einem Metronom beibringen. Metronom ist cool, Attacke. Aber grad... Nee. Oh, leck Torball. Äh, Voltoball. Das ist nicht gut. Booty sind so ziemlich auf dem selben Level. Kann man eher mal wechseln. Ja. Oh, das kann eh noch keiner Elektroattacke, oder? Außer, außer die Atap, die es gerade eingesetzt hat. Na gut. Fehlt das. Ja, du merkst, ich bin ein bisschen verschnuppt. Ja. Mich hat trotzdem auch nicht besser erwischt. Beste Voraussetzungen. Verschnuppt und Heiserkeit. Mhm. Mhm. Und bei dem Crash Bandicoot Park heute, hatte ich ständig die Nase hochgezogen. Und das ist ja feinlich. Kann dafür aber nicht. Mich muss mich immer erfolgen. Auch wenn ich nichts Falsches gesagt habe. Ich glaub das... ...wahrt, oder? Oder noch das kleine Kind. Na. Okay, kann ja weitergehen. Jetzt. Oh Gott. Das nervt jetzt, aber... Ich latsche da jetzt nicht extra hoch. Oder muss man das sogar? Dann kriegt man irgendein guter Tag. Ich weiß einfach nicht mehr welche. Man muss doch irgendwann mal zurück, oder? Ja. Oder jetzt. Aber ich kann ja kurz mal zeigen, was es hier für Pokémon gibt. Achso, in der Route davor gab's ja noch Mauzi. Ja, und in der Höhle dort, da gab's meinen Lieblings-Pockmann, das müssen wir auch fangen. Nibel. In der Höhle? Ja, da gibt's Nibel. Da gibt's Nibel. Na, in der anderen. Nicht in der Höhle. Weil ich... Höhle weiter draußen. Auf der nächsten Route. Ah, da gibt's Nibel. Da kommt man noch nicht hin, oder? Doch, da bin ich schon drin. Und hängt fest. Mit Zerschneider? Mit Zerschneider? Mit Zerschneider, oder? Nö. Hä? Okay. Nicht. Ich bin da ohne Zerschneider rein. Komm, weil es eine öffentliche Höhle ist, ohne Zerschneider. Vor allem öffentliche Höhle. Ist nicht jede Höhle öffentlich. Nein, nein. Ich bin da nicht nächter hoch. Jetzt einfach rechts lang. Rechts. Links. Braunreif. Braunreif. Und nach unten. Ja, nachdem ich die Bären eingesammelt habe. So. Och ne. Ja und wo? Mist, dann war es andere Seite. Ja, die andere Seite. Dann war es doch rechts. Ja, rechts runter. Ich gewisse, da sieht auch noch nicht so gut aus. Ah, hier. Da kommt man aber nicht hin. Hm? Ich bin da nochmal hingekommen. Ich war ganz so zu. Ich muss ja nachschauen, wie ich da hingekommen bin. Moment. File Open. Pokémon Flora Sky Contact Dex Version. Wo soll ich den Weg auf das Nibel herausfinden? Oh, Sound. Oh. Du haust aber auch ziemlich auf die Tasten. Ja. Jetzt war nicht mehr, oder? Nuh. Weil da bin ich nämlich ein menschliches Nibel gefangen. Das ist gut. Ich sehe da waren wir gerade eben. Was? Vielleicht nach unten hinflang? Ich schaue grad, wie ich da hingekommen bin, indem ich aus der Höhle mal rauskomme. Weil ich bin nämlich zu mächtig, um mich besinnen zu lassen. Aber mach am besten einfach mal schnell Pause. Oh, eigentlich nur Fenster könnten wir auch gebrauchen. Hm. Ich mag kein Ultrigale, ja. Und Sazenia? Was? Sazenia auch nicht. Nee. Best recht nett. Sazenia. Okay, dann besiegen wir die beiden. Ich liebe Doppelkämpfer. Ist das ein Doppelkampf? Ja. Verdammt. Und ich hab Raffi vorne. Hahaha. Sonnenkelkampf kannst du dir holen. Stimmt, das gibt's ja auch. Aber dafür brauche ich Sonnenstein, um es zu entwickeln. Wollen wir da jetzt auf diesem Level 21? Dann kommt jetzt mein Toni dran. Wollen wir da jetzt auf diesem Level 21? Sollt ihr mal an mein Team was sagen? Wohl genau das Gegenteil von deinem Team. Du hast doch auch ein Chiloc, oder? Ein, ja. Ein Chiloc ist es jetzt. Also. Wollen wir das komplette Gegenteil von deinem Team? Weil ich hab ein... Soll ich hab ein Ratz-Ratz drin? Also in dem Fall ein Radikal. Ein Tauboger. Ein Sneebel. Und ähm... Wie ist jemand das? Ähm... Eine Pokémon... Zweite, ähm... Fünfte Generation, siehst Käfer-Pokémon. Sieht aus. Ah gut, hier bin ich. Ich bin natürlich auch noch ein... Fake Tears. Was? Elmo hat Fake Tears erlernt. Ah, das... Das sind die... Spezialangriff vom Gegner. Rapide. Okay. Achso, ähm... Du musst auch nicht in die Stadt kommen. Fertig sieht aus wie eine riesige Stadt mit jede Mengen Häusern und wie komme ich dahin haben einfach auf der Route kann ich nicht weiter ja, machen wir kurz Pause also bis gleich dann geht's wieder los wir wissen wie es weiter geht, wir haben uns nur ein bisschen verlaufen wir müssen einfach nur den Weg wieder zurück aber das was wir bis jetzt erlebt haben das gehörte zur Story also das mussten wir durchleben und jetzt war ich, ah, oben ja hm, ah, oh, wie viel Pokémon sind da Och eher gesagt, ich surfe lieber als diese Steine da kaputt zu machen dauert so lang da Perl hab ich nicht gesagt, dass man, ähm, Items bekommt ja, ich weiß, dass man Items fürcht, muss man nicht und ein Mautzi ich habe eine Katze ich habe eine Katze Das ist doch noch lange, als du ein Katzenlieferber bist noch eine Perle die kannst du verkaufen und hier brauche ich Zerschneider ja hm Ich brauche, ich brauche Splitte, um weiterzukommen, haha. So, wo jetzt lang? Ganz zurück, an die Anfangsstadt. Das heißt den selben lästigen Weg nochmal? Ja. Aber immerhin kann ich diese Pumpplatten benutzen. Und ich habe vergessen, dass ich ein Fahrrad habe, dass ich den Weg fahren kann. Hm. Gut, ähm, ich habe jetzt gerade noch meine Pokémon und damit sage ich Tschau. Bis zum nächsten Mal. Ja, also bis zum nächsten Mal und Tschau.